Fick, Fick, Tra-Ra und Bum-Bum, wenn er nicht steht, fällt er um. Da kannte ich mal einen Professor, der wusste es immer viel besser. Einmal wollte er ficken, doch konnte es nicht lücken, denn die Pflaume, die wurde nicht nässer. Fick, Fick, Tra-Ra und Bum-Bum, wenn er nicht steht, fällt er um. Ich kenne da einen Philister, zum der mal sein Vögelregister, doch bei dessen Streichen selbst Nutten erbleichen, doch sonst war er ehrsam, der Mister. Fick, Fick, Tra-Ra und Bum-Bum, wenn er nicht steht, fällt er um. Da gibt es die Gilde der Frommen, die nie was zu Vögeln bekommen. Die Spielen, die Braven und Wichsen vorm Schlafen, das haben sie übel genommen. Fick, Fick, Tra-Ra und Bum-Bum, wenn er nicht steht, fällt er um. Man kennt und man nennt sie Asketen, die tun so, als wenn sie's nicht täten. Die ficken und lecken, doch tut man's entdecken, dann wirken sie äußerst betreten. Fick, Fick, Tra-Ra und Bum-Bum, wenn er nicht steht, fällt er um. Fick, 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 Tra-Ra und Bum-Bum, wenn er nicht steht, fällt er um. Fick, 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 Tra-Ra und Bum-Bum, wenn er nicht steht, fällt er um. Fick, Fick, Tra-Ra und Bum-Bum. Vielen Dank.